Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Du, wie stehst du eigentlich zu Hunden? Ich bin mehr der Katzentyp, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe nichts gegen Hunde, aber ich bin mehr Katzentyp und allgemein, was Haustiere angeht, bin ich sehr konservativ. Ich bin für Hunde und Katzen, alles andere Gott in den Wald. Okay, das ist ja schon mal ein guter Einstieg für den folgenden Film, den wir heute besprechen. Und das erklärt natürlich auch deine Missachtung für Doggy-Style. Das ist jetzt völlig klar, dass du dieses komödiantische Meisterwerk deswegen nicht mochtest. Moin moin erstmal an die HörerInnen. Hallo. Kommt zur Besprechung zu Arthur der Große. Das ist ein Film, den du und ich schon vor etwas längerer Zeit gesehen haben. 98. Und wird es irgendwann in den frühen 90ern. Und er fühlt sich auch, da kommen wir aber auch im Laufe des Casts wahrscheinlich nochmal zu, fühlt sich auch so ein bisschen an wie 90er, aber das werden wir später ein bisschen erörtern. Arthur der Große ist eine Produktion mit Mark Wahlberg, den wir sehr schätzen. Wir haben auch schon im Vorgespräch gesagt, wir werden wahrscheinlich einen Großteil dieses Casts damit verbringen, dass wir Mark Wahlbergs Karriere sezieren. Es macht vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß als der Film. Gewagte These, mal gucken. Regie führt da der Kollege Simon Kellen Jones, der auch vor kurzem den Apple TV Plus Film mit Mark Wahlberg, nämlich The Family Plan gedreht hat. Und ansonsten sind da ein paar abkannte Gesichter dabei. Ja, der ist schon raus. Okay, weil ich hatte mal einen Trailer mitbekommen und hab danach nie wieder was davon gehört. Und okay, Apple Filme halt, ne? Aber so ist halt, genau, das ist ein Apple TV Plus Film und zwar nicht einer aus dieser A-Kategorie, ne? Killers of the Flower Moon, Napoleon, bla bla bla, sondern der ist halt so, ah, guck mal, den haben wir auch. So ein bisschen wie dieser, wenn so Rotweine, so dieser Jahreswein und das ist so, guck mal, das ist das, was am Boden noch übrig geblieben ist. Das könnten wir aber auch verkaufen. Ja, hier ist der Merleau-Piquik und das hier ist der Peter Mertens Dummkeller-Stolz. Genau, schenk ein, mach Striche, aber bitte, lass mir keine Klagen kommen, wir wollen es hier zu teuer machen, nimm mit und bitte beschwer dich nicht, wenn es nachher ein bisschen Sodbrennen gibt. Sodbrennen hat es dieser Film Arthur der Große nicht gemacht. Den finde ich, also, mal gucken, ob du da mitgehst, bevor wir ein bisschen darüber reden, worum es da geht. Ich finde, das ist eine Kategorie Film, die ich als Film bezeichnen würde, weil ich den ganz schwer einem Genre zuordnen könnte. Gehst du da mit? Ja, also, man kann natürlich schon sagen, es ist ein Drama, man kann aber auch natürlich hinzufügen, es ist ein Abenteuerfilm, das würde auch passen, aber ja, es ist auf jeden Fall kein, ich würde sagen, ein Genrefilm ist es nicht, oder? Nee, nee, also, das ist mein großes Problem. Ich hatte zum ersten Mal seit längerer Zeit nix außer das Kinoplakat gesehen. Also wirklich, keine Trailer, ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Dachte, das wäre irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, irgendwie er verletzt sich und tut sich ganz doll weh und der Hund rappelt ihm wieder auf. Nee, nee, es geht aber um was ganz anderes. Soll ich, willst du? Ich kann auch. Dann mach gerne. Ja, es geht um Michael Light, lustiger Name. Der kleine Bruder von Michael Knight. Ja, genau. Das ist Michael Knight mit LRS, wenn er die Buchstaben verwechselt. Da kommt man bei Michael Knight raus. Man muss auch sagen, Michael Light hat sehr wenig Kilokalorien. Ja, absolut. Und apropos Kilokalorien, dieser Michael Light, der ist, ich glaube, man kann das Extremsportler nennen, der macht nämlich bei einer Sportarbeit, die du und ich vorher nicht kannten, beim Adventure Racing da. Um das zu erläutern, da rennen Leute quasi durch die Gegend, durch extreme geografische Lagen und Wettergebilde und das machen sie bitte ganz schnell als Team und dann gewinnen sie am Ende ganz viel Geld, also wirklich Milliarden fast. Und bei so einer World Championship, da macht dieser Michael Light mit und der Film steigt damit ein, dass er halt furchtbar scheitert und als Teamleader ein bisschen versagt und auch mittlerweile dann in der Jetzt-Zeit des Films ein bisschen gebrechlicher wird, aber es natürlich nochmal wissen will. Und dann stellt er, lustigerweise, ein bisschen wie Fast and Furious, stellt er ein Team zusammen, besorgt sich Sponsoren und lernt auf diesem dann in der Dominikanischen Republik abgehaltenen Event, lernt er dann diesen Hund Arthur kennen und das ist so ein Hund aus dem Ghetto oder aus den Slums und der wird so ein bisschen der Begleiter dieses Teams. Und dann entspinnt sich so ein bisschen dieses auf wahren Begebenheiten oder nach einer wahren Geschichte, entspinnt sich so ein bisschen die Story des Films, die relativ übersichtlich ist, aber die, und das haben wir schon kurz nach der Sichtung gesagt und jetzt auch im Vorgespräch nochmal festgehalten, die wir beide ganz okay fanden. Ja, ich bin relativ blind in diesen Film reingegangen, ähnlich wie du und hatte mir auch was anderes erwartet, weil ich dachte, es geht darum, dass Mark Wahlberg ähnlich wie Channing Tatum in Dork einmal mit dem Hund einfach durch die, weil er high läuft und Abenteuer erlebt. Und dass es da wirklich um eine Sportart geht, die anscheinend populärer ist und erfolgreicher und finanziell ertragreicher als die Formel 1, zumindest laut des Films, hat mich dann noch ein bisschen überrascht. Und ist es dir auch so gegangen, dass ich irgendwann in diesem Film saß und dachte, wann kommt der Hund jetzt eigentlich mal zu Mark Wahlberg? Weil das gefühlt bestimmt eine Stunde dauert, bis die sich überhaupt mal treffen. Ja, das ist lustig, weil es so parallel montiert ist, so was mit dem Hund da passiert, dem passieren dann auch so ein paar Dinge, die nicht so schön sind und dann wird auch klar, warum der vielleicht etwas weniger fit ist und sich dann doch aber auch eine gewisse, also die sind dann ja so quasi, auch wenn sie nicht gleiche Leben sind, so ein bisschen ähnlich die beiden. Also auch der Michael ist ein bisschen angeschlagen und auch eines seiner Teammitglieder hat ein bisschen Knieprobleme und hat die verleugnet vor und so ist das so. Das sind alles irgendwie, man sagt ja auch so, angeschlagene Hunde und dann kommt noch ein angeschlagener Hund dazu. Das finde ich schon, fand ich ganz spannend. Lustigerweise habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, also als dieser Anfang anfing, ich sagte ja schon, scheitert beim ersten Mal, dachte ich, da passiert jetzt was ganz Schlimmes. Und dass da was ganz Schlimmes passiert, dachte ich halt die ganze Zeit. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwie ein Unfall, irgendjemand stirbt oder Sonstiges. Und das ist jetzt ein milder Spoiler, aber nicht, wenn man die wahre Geschichte kennt. Es passiert halt nicht so wahnsinnig was Schlimmes. Es gibt ein paar Dinge, die die Motivation von einer Figur beispielsweise betreffen, die halt schon mal so in den Magen hauen. Aber ansonsten ist das so, und das wirklich positiv zu sehen, ist das mal ein Film, der so einen Fluss hat, dass man denkt, so jetzt kommt jetzt nicht der große Twist, sondern es baut jetzt ganz normal auf und es, Bösezungen würden sagen, es plätschert ein bisschen aus und kleckert aus. Ich würde halt sagen, Mensch, also der Film weiß, was er ist. Und dafür ist er ganz gut. Ja, finde ich auch. Also gerade das, was du gesagt hast mit dem Fluss, der hat wirklich einen guten Fluss. Es dauert zwar, wie gesagt, echt lange, bis es zu diesem Zusammentreffen kommt und bis der Hund auch, ich nenne es mal, Teil des Teams wird. Aber es war nicht uninteressant. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen angefixt von dieser Sportart, die ich halt wirklich vorher noch nicht kannte. Und ich bin jetzt in welcher Weise genauso schlau wie vorher. Aber es war mal was anderes als immer das Gleiche. Wir haben jetzt Football, wir hatten Baseball, wir haben Fußball. Wir haben auch jetzt Rennsport. Aber dass da einfach mal Leute irgendwie 400 Meilen lang durch die Dom-Rep laufen, ist mir, also es ist was Neues. Ja, und ich fand es ganz angenehm. Also man merkt halt bei vielen Dingen, dass die vor Ort gedreht haben. Und man sieht halt schon, dass das einigermaßen wertig aussieht. Aber es ist nicht so angeberisch oder protzerisch irgendwie inszeniert. Oder man hat so dieses, ich glaube, beim letzten Transformers, da dachte ich so, da könnte jetzt auch drunter stehen, gesponsert vom peruanischen Tourismusverband. Das hat man hier halt nicht. Sondern man hat das Gefühl, ja, das ist halt eine relativ unwirtliche Gegend, wo die da rumlaufen müssen. Das kann man jetzt auch gar nicht so grandios und glorifizierend inszenieren. Und dieser Simon Kellen Jones, der konnte da auf jeden Fall was. Es gibt dann auch eine Szene, die echt gut gemacht aussah. Also weiß ich, ob wir das jetzt so im Detail hier erwähnen sollen, weil das schon ein visueller Höhepunkt zumindest ist in dem Film. Aber die ist schon gut gemacht. Gut getrickst, würde ich sagen. Also der Film allgemein ist wirklich von der Macher her, der ist im besten Sinne wirklich solide. Da gab es für mich jetzt keine Ausbrüche wirklich in die Tiefe. Ich fand es auch ganz nett, wie sie, wie du hast schon gesagt, wie sie halt die Dom-Rep zeigen. Und zwar ist es ja so, dass die immer wieder so Pausen machen in so Basislagern. Und da strömern ja auch schon so Hunde oder strömern so Hunde auch schon rum. Und der Film ist gar nicht so sehr interessiert, dieses Hunde-Elend, nenne ich es mal, wirklich einzufangen immer wieder. Sondern er zeigt dir einfach das von dem einen Hund. Und den Rest zeigt er einfach so, wie es ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film irgendwie wirklich vorhabt, so eine Art Elendstourismus zu betreiben. Sondern er zeigt dir einfach, so ist das halt gerade mit ihm und mit dem Hund. Und gut ist. Aber nie wird wirklich versucht, dich, ich nenne es mal ganz grob, zu manipulieren. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und das ist vielleicht auch einer der Punkte, warum in diesem Film, haben wir auch schon fast vorher abgekloppt, wir beide finden, dass Mark Wahlberg, über dessen Karriere wir vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen reden sollten, aber wir hatten beide das Gefühl, dass Mark Wahlberg hier auch mal so ein bisschen wieder investiert sei in diesem Film. Ich muss nämlich ehrlich sagen, so in den letzten Jahren, wenn ich mir so Mark Wahlbergs Karriere anschaue, habe ich eher das Gefühl gehabt, er hat eher Bock gehabt, ich glaube, der hat eine Burger-Kette. Wahlburger? Übrigens, die gelten als eine der schlechtesten Burger-Ketten in den USA, habe ich jetzt gelesen. Bon Appetit an dieser Stelle. Dann hat er eine Zeit lang sich sehr, sehr, wie heißt das noch, gerippt für irgendeinen Film. Und da habe ich dann irgendwie bei Instagram und bei sonstigen Sachen immer seinen Fitnessplan gesehen. Also ein bisschen wie der Rock aus Boston sozusagen. Aber ansonsten war so, was seine Filmografie angeht, in den letzten Jahren waren da schon ein paar Stinker dabei, finde ich. Und gerade Stinker, weil er so offensichtlich keine Lust hatte, was zu machen. Ja, also ich gehe hier wirklich seine Filmografie durch. Und ich muss sagen, der letzte Film, wo ich wirklich sagen würde, ey, der hat mir richtig gut gefallen und dem hätte ich wirklich Spaß, war Daddy's Home 2. Und der ist von 2017. Wir hassen, also zum Beispiel Alles Geld der Welt war jetzt kein schlechter Film, aber das ist jetzt auch kein Film, den man gesehen haben muss. Das gleiche gilt für Plötzlich Familie. Wir hatten diesen Stinker Infinite, wir hatten Spencer Confidential, Netflix-Film. Uncharted fand ich auch nett, aber mehr auch nicht. Und dann hat er irgendwann angefangen, also auch so mit dem Dreh 2020 rum, so Dramen zu drehen, die sehr christlich konnotiert sind. Also gerade, und es tut mir leid, das für euch jetzt zu sagen, aber er hat einen Film gedreht namens Favastu. Und ja, den habe ich mir bei Amazon Prime gekauft, wegen des Titels alleine. Und der war wirklich furchtbar. Und ich hatte wirklich auch Angst, dass Arthur der Große ähnlich, in eine ähnliche Kerbe geht. Dass er eben auch so ein bisschen dieses so christliche Erbauungspomp-Drama wird. Und da war ich doch erfreut, dass er das nicht ist. Also natürlich ist, er baut einen schon auf und er hat eine ganz klare positive Message, aber es wirkt nicht so, also wie soll ich sagen, der ist nicht klerikal unterwegs, sagen wir es mal so. Ne, das muss ich auch sagen. Und da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor. Ich finde auch bei Mark Warbeck sticht in den letzten Jahren so ein bisschen heraus, dass er sehr viel immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Also ich kann mich da an Peter Burke erinnern, mit dem er da diesen Deepwater Horizon und Boston gemacht hat und dann diesen Mile 22. Und das sind ja immer, für mich sind das einerseits so Signale, ja gut, der mag halt gerne so eine gute Verbindung und so weiter. Aber für mich hat das auch immer so ein bisschen dieses Geschmäckte so, hat keine Lust mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und vielleicht haben auch andere Leute keine Lust mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn Mark Warbeck ist glaube ich schon so ein, also das haben wir ja gerade schon gesagt, wenn man auf der Leinwand sieht, dass er keinen Bock hat, ist es immer ein schlechtes Zeichen. Weil er ist ja, also er ist ja nur ein Schauspieler. Er mag ja gar nicht mehr auf seine Musikkarriere angesprochen werden. Also wenn du ein Interview versauen willst, sprichst du ihn auf Marky Mark oder seine Unterwäsche Sachen an. Mag er gar nicht. Dann müsste man allerdings auch wissen, dass man als Schauspieler, also ich erwarte jetzt nicht immer mal Kinski, aber dieses nur Kinski brennt wie Kinski Ding. Aber ich erwarte schon so ein bisschen Herzblut. Ich möchte schon sehen, dass jemand, der Geld dafür bekommt, auch spielen mag. Und das hatte ich jetzt gerade so bei Uncharted. Also wie gesagt, der Film war nett. Ich kenne die Spiele nicht. Aber Mark Warbeck hatte offensichtlich keine Lust. Ja, er passt auch eigentlich nicht zur Rolle, wenn man die Spiele halt kennt. Und ich würde auch Mark Warbeck niemals als wandlungsfähigen Schauspieler ansehen. Aber er kann halt wirklich gut sein. Die Parted, das ist ein gutes Beispiel. Die Parted ist ja wirklich gut. Da hat er auch einen Regisseur, der ihn auch sehr deutlich gleitet, wie ich finde. Und die Rolle ist auch ein bisschen mal was anderes als sonst. Aber jetzt wie gesagt, die letzten Jahre hier, ich lese gerade MeTime auf Netflix, der ist komplett untergegangen. Oder hast du den gesehen? Oder weißt du, was er ist? Nee. Ich habe auch diesen Spencer Confidential. Den habe ich sogar noch gesehen. Also ein Netflix-Film ist wirklich egal. Und das fand ich ganz gut bei Arthur der Große. Ich meine, da prangt ja groß das Label Abenteuerfilm drüber. Jetzt können wir erst mal darüber streiten. War das für dich ein Abenteuerfilm? Ich glaube tatsächlich, wenn ich jung wäre, also so zwölf Jahre alt, hätte der schon Momente gehabt, die ich an und für sich ganz spannend finde. Ich muss ja auch sagen, ich habe Höhenangst. Und es gibt eine Szene, die war auch hart für mich, wenn sie da mit so einer Zipline über so einen Abgrund gehen. Und es dann zu Komplikationen kommt. Da fand ich es fast ein bisschen schade, dass diese Szene fast schon dokumentarisch inszeniert worden ist. Auf der anderen Seite war es auch ganz gut, weil wenn das jemand gedreht hätte, der ein bisschen mehr die Spannung rausgekitzelt hätte, dann hätte ich diese Szene, glaube ich, nicht ansehen können. Dann hätte ich wirklich fünf Minuten lang instant nur die Augen zu gehabt, weil ich wirklich Höhenangst habe. Ja, ich finde auch, also das war die von mir vorhin angesprochene Szene, ich finde auch, dass die, die ist so ein bisschen wenig protzerisch. Also das, was ich bei dem Blickfang oder bei dem Einfangen der Dominikanischen Republik gelobt habe, das kommt hier so ein bisschen, also ich glaube, ein etwas versierterer Filmemacher hätte da noch ein bisschen mehr rausholen können. Gleichwohl zeigt es halt für mich, dass das so ein Film ist. Ich meine, ich habe das, glaube ich, auch nach der Sichtung zu den Kollegen gesagt, das ist für mich so, ich verbinde mit dem Film so Sat.1, Sonntagnachmittag, 14 Uhr, so in den späten 90ern, dass man, also da gehört so ein Film wie Arthur de Große hin und das meine ich wirklich nicht böse, sondern das ist eher ein Kompliment, weil das ist, wie ich finde, im besten Sinne ein familientauglicher Abenteuerfilm. Definitiv, ja. Also für meinen Geschmack hätte das Abenteuer ein bisschen mehr noch herausgestellt werden. Der macht für mich halt nichts wirklich falsch. Der weiß, wie du schon gesagt hast, der weiß, was er ist, der exerziert das relativ sauber durch. Also ich kam halt wirklich mit einem guten Gefühl aus dem Kino raus. Ich meize ich den Tränen nahe, aber es ging mir schon ein bisschen zu Herzen, was ich da gesehen habe. Und wenn ihr den seht, also das kann man durchaus sagen, dass das ein Film ist, den man sich durchaus mal mit seinen Kindern im Kino angucken kann und auch alleine, wenn ihr wollt. Das ist echt etwas so, also man kennt sämtliche Storybits. Man weiß eigentlich alles, wenn man sowieso die wahren Begebenheiten, auf denen das basiert, sich da ein bisschen mit auseinandergesetzt hat, weiß man ja sowieso, wie es ausgeht. Aber ich selber bin ja immer bei sowas relativ faul und denke, gut, wollen wir erstmal gucken, wie der Film ist und danach lese ich mir das an. Und deswegen gibt es so ein, zwei Momente, wo man als vielleicht etwas ungelernterer Kinogänger oder Kinogängerin, und das sind ja meistens Kinder und Jugendliche oder zumindest Kinder in einem gewissen Alter, die werden da schon mal mitgenommen werden von diversen Sachen. Also mitgenommen im Sinne von nicht abgeholt, sondern dass die auch so sich Fragen stellen, oh, übersteht diese Person oder diese Figur, dieses Hindernis oder diese Situation gerade. Und deswegen fand ich das schon, es ist so im besten Sinne oldschool Filmmaking fand ich. Das mochte ich ganz gerne. Also ich war überrascht, wie sehr mich der Film dann am Ende doch in Anführungsstrichen mitgenommen hat. Also dass ich jetzt bei jedem, also klar, ey, man kann das natürlich auch, wenn am Anfang da der Vater so klar macht, wie problematisch doch auch diese Figur vielleicht sein könnte und dass die beiden jetzt nicht die beste Beziehung zueinander haben. Das ist halt so eine Szene und die kann man sich geben und dann denkt man, ja, ich hab's schon verstanden. Kannst du auch vielleicht weglassen, aber gib so ein bisschen mehr Fleisch an diese Figur von Mark Warburg. Aber das ist halt so, alles was so in der Familie passiert, ist so okay. Das, was auf dieser Reise oder bei diesem Wettbewerb passiert, das ist dann tatsächlich so ein bisschen Sportfilm-Stakkato-mäßig und geht so die gewissen Beats durch. Aber, und das finde ich wieder ein lobendes oder erwähnenswertes Lob an den Cast, da sind halt so Leute dabei wie hier der Shang-Chi-Hauptdarsteller, Simu Liu. Und den fand ich in Shang-Chi nicht so gut. Also muss ich echt sagen, was das Schauspielerinnen angeht, war ich da eher enttäuscht. Hier fand ich ihn zum Beispiel solide. Ich mochte Natalie Emanuel, also hier die aus Game of Thrones und hier Fast Furious irgendwie seit Teil 7, glaube ich, ist sie dabei. Also das Team so um ihn rum, die haben jetzt keine herausragenden hochgradig emotionalen Szenen und das ist auch kein Oscar-Kandidat für solche Sachen. Aber es ist trotzdem so, dass die alle solide spielen, sogar Mark Wahlberg. Ja, also er macht das auch ganz gut. Jeder in seinem Team bekommt so die obligatorischen 5 Minuten, dass auch jeder so nochmal so sein Päckchen zu tragen hat. Und dir ist auch da, wenn du ein bisschen Ahnung hast von Filmen, weißt du auch nach 3 Minuten, wo die Reise für die einzelnen Leute hingeht. Das ist, wie gesagt, keinem nicht schlimm, weil das wird alles gut gemacht und gut gespielt. Mir gefiel vor allem dieser Ali Suleiman, der diesen Typen spielt der mit dem kaputten Knie. Der hatte noch zumindest auch so eine gewisse Gravitas, weil die anderen beiden, also die Emanuel und der Leo, die waren halt auch nett, aber da hast du gemerkt, die waren mir ein bisschen zu glatt gebürstet. Und ich bin gerade bei dem Simu Leo, war ja so der Hauptkniff so, ey, er ist halt ein Influencer und er ist halt erfolgreich und er weiß, wie das Game läuft. Und das war halt auch wieder so Klischee-Influencer, der jedes Mal sein Handy rausholt. Wobei man da auch wieder dem Film zuguthalten muss, er macht sich über ihn nicht lustig und er verballhornt ihn nicht und er nimmt ihn trotzdem ernst. Aber trotz allem war das so mit die Figur, auf die ich glaube ich am ehesten hätte verzichten können. Einfach, weil er am uninteressantesten war. Ja, wobei ich das ganz cool finde, dass sie dem Lockruf des Klischees widerstanden haben, eine Art von menschlichem Bösewicht da noch zu installieren. Also es gibt natürlich ein Team, das mit dem Team von Michael so ein bisschen in größerer Konkurrenz steht und da auch unter anderem die von dir angesprochenen Figur von diesem Chick, der da seine Knieprobleme hat, der ist wegen dieser Knieprobleme halt aus dem einen Team rausgeflogen. Das heißt, es könnte einer immer in, also ich glaube bei sowas wie irgendwie, wenn da so Vin Diesel und so ein anderer Typ dabei wäre, wäre da halt schon so Testosteron, Stairdown und solche Sachen dabei gewesen, wo sich vielleicht auch mal irgendwie, wie sagen wir so schön, früher hätte man sich gerangelt. Auf diese ganzen Sachen verzichtet der Film und das fand ich echt angenehm. Es gibt natürlich diese kleinen Blicke und diese kleinen Spitzen zwischen Michael und diesem, ich weiß leider den Namen nicht mehr, diesem Antagonisten, der kein Antagonist ist aus der anderen Gruppe, da der den Teamleader da macht und der eben auch klar sagt, wir gewinnen das eh. Aber es ist halt wirklich so, am Ende löst sich das in Anführungsstrichen nicht alles in Wohlgefallen aus, aber es gibt da den typischen Beat, wo dieses anerkennende Nicken von beiden Seiten kommt und man denkt so, ja, es ist alles okay, also es sind, die Stakes sind ja keinesfalls irgendwie hoch oder so, aber es ist alles, finde ich, so, dass man das wirklich, also mit Fieber das ist ein großes Wort, aber dass man halt am Ball bleibt. Ja. Und wo der Film übrigens, wie ich finde, auch einen relativ guten Job macht, ist bei der Sportart, bei der Inszenierung der Sportart, denn wir beide haben ja schon gesagt, wir haben davon noch nie was gehört. Ja, für mich klang das auch so ein bisschen, okay, jetzt machen wir Abenteuer, Spielplatz, Olympisch, warum nicht? Und er erklärt dir auch nicht immer alles, aber er zeigt dir halt viel und dadurch bekommst du nach und nach auch eine Art Verständnis für den Sport. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es geht ja auch darum, dass sie auch abkürzen können. Das wird dir aber nie wirklich gesagt. Plötzlich stehen die da und sagen, ja, wisst ihr was, wir machen jetzt nicht die Route, wir gehen jetzt einfach Querfeld ein, Abkürzung und dann denke ich mir, okay, das scheint erlaubt zu sein. Aber das fand ich eigentlich ganz schön, dass dir nicht alles so vorgekraut wird, sondern ein paar Sachen musst du ja selbst herausfinden. Das ist auch relativ einfach und ein paar Sachen, die nicht wichtig sind, werden auch einmal nicht erklärt, weil sie, wie gesagt, für die Geschichte komplett irrelevant sind. Und für die ganz Blöden ist tatsächlich ein, wie ich finde, etwas unpassender, also eine Art Kommentator noch da bei, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, so in den Mechanismen dieses Sports ist es ja so, also die werden jetzt auch nicht rund um die Uhr von irgendwelchen Kameras begleitet, sondern da sind halt so an den Stationen, wo sie sich dann kurz erholen dürfen, an diesen Checkpoints, da waren dann ein paar Kameras und da würde ich dann auch verstehen, wenn da ein Moderator vielleicht wäre, aber wer das jetzt im Fernsehen überträgt oder im Internet und das kommentiert, das habe ich dann schon gefragt, da dachte ich dann, okay, der Film nimmt sich selber ein bisschen zu wichtig, aber versucht natürlich noch so ein bisschen so reinzukleckern, so funktionieren doch diese Mechanismen, dieses dir vielleicht oder uns unbekannten Sports und nimmt dann, wie ich finde, einen etwas billigen Ausweg, dass er da so einen generischen, auch so einen US-generischen Play-by-Play-Kommentator da reinnimmt. Den hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gebraucht, das fand ich ein bisschen Den habe ich tatsächlich vergessen. Witzig. Der ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde es irgendwie fast schon amüsant, dass der Film halt gerade bei der Inszenierung das schon so als Spektakel inszenieren möchte, gerade als Medienereignis, dass du dir denkst, das ist die Sportart Nummer eins. Also es fehlt dir nur noch, dass im Hintergrund irgendjemand sagt so, ah ja übrigens, Fußball-WM-Finale in Usbekistan hat Brasilien 8 zu 0 geschlagen, aber es passiert eh keinen. Weiter geht's, oder? Das ist schon sehr seltsam, weil wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass von 100 Zuschauern hat vielleicht einer, vielleicht zwei von dieser Sportart gehört jemals. Und ich habe tatsächlich auch danach ein bisschen gegoogelt und wollte auch ein bisschen so die wahre Geschichte und Michael Light und es war unglaublich schwer, Informationen dazu zu bekommen. Also ich bekam erst mal Michael Light-Vorschläge von LinkedIn, von irgendwelchen anderen Typen, aber nicht zu dem echten. Von daher scheint der Name und die Sportart immer noch sehr, sehr unterrepräsentativ zu sein. Das wird sich auch durch den Film, sei mir ehrlich, nicht ändern. Nicht unbedingt nicht. Was sich aber vielleicht ändern ist, dass die Leute mal wieder auf den Trichter kommen, hey, vielleicht statt irgendwelchen hochgezüchteten Möpsen mir zu kaufen, kann ich vielleicht in ein Tierheim gehen und mir da einen süßen Mischling holen, der da auf jemanden wartet. Denn, das muss ich auch sagen, sei mir ehrlich, der wahre Star ist der Hund. Absolut. Und Superstar, wie ich hier finde. Also Arthur, der hier glaube ich von insgesamt drei Hunden gegeben wird, super, also haben sie richtig toll gemacht. Ist auch so, muss man ja immer heutzutage ein bisschen vorsichtig sein, weil so mit Tieren arbeiten ist schwierig. Also man sagt ja immer in Hollywood nicht mit Tieren und Kindern arbeiten. Beides zusammen ist dann der Todesstoß, wenn man irgendwie Kommissar Rex machen will oder sowas. Aber hier haben sie es wirklich gut gemacht und ich gehe mal davon aus, dass wirklich auch da in dem Zusammenhang dadurch, dass sie nicht einen Hund da irgendwie verheizt haben, sondern dass das alles funktioniert. Der Hund muss jetzt auch hier nichts tun, was jetzt großartig ihn in Anführungsstrichen belastet. Also der kriegt jetzt nicht so, ich kann mich damals erinnern, bei so einem Jim Carrey Film musste man ein Hund irgendwie Abführmittel nehmen, damit er da auf Kommando kacken kann. Das wird hier halt nicht gemacht. Man hat so das Gefühl, dass da schon dieses übliche No Animals Were Harmed During This Movie. Ich glaube Arthur geht's gut. Ja. Oder den drei Arthurs geht's gut. Der Hund muss halt mal ein bisschen laufen, mal irgendwo drüber springen und einen Fleischbärchen verweigern. Das ist das, was der Hund leisten muss. Was ich halt schön finde ist, du merkst auch wirklich, dass dieser, der Hund auch, das ist so kein schöner, also er ist kein hässlicher Hund, aber er ist so ein normaler Hund. Ich hab halt auch das Problem, dass bei so Filmen, dass die immer so Hunde haben, die gerade trendy sind oder die Rassehunde und das ist halt einfach so ein richtig, in Anführungszeichen, schöner Mischling und der wirkt, ich weiß, es klingt irgendwie ein bisschen Panne, aber er wirkt auch unglaublich sympathisch. Also du könntest dir komplett vorstellen, wenn du am Joggen bist, was für uns beide eh schon eine sehr seltsame Vorstellung ist, aber nur angenommen, wir würden in unserer Traumwelt joggen und der würde vorbeikommen mit Joggen, wir würden nicht sagen, verpiss dich, sondern wir würden sagen, komm, mach mit. Wobei ich jetzt zu meiner, zu meiner eigenen Verteidigung, ist immer schlimm, wenn man das selber tut, muss ich sagen, dass ich heute vor zehn Jahren, glaube ich, einen Halbmarathon gelaufen bin. Wirklich, ist kein Scherz. Da kann ich sagen, ich bin letztes Jahr in Köln, weil ich meine Bahn erwischen wollte, bin ich sogar mal 500 Meter gerannt. Oder waren es 50 Meter? Ich bin gerannt letztes Jahr. Das kann ich sagen. Das kann gar nicht stimmen, das stand nicht im Express. Das ist, glaube ich, Quatsch. Lügenpresse. Das hätte man, glaube ich, gelesen. Ja. Die Erschütterung der Macht. Ja, ja. Aber es geht, also wenn man von Chemie zwischen Mark Wahlberg und einem Hund sprechen kann, also Mark Wahlberg ist halt, das muss man auch ehrlich sagen, Mark Wahlberg. Der Hund spielt Mark Wahlberg an die Wand. An die Wand, das sowieso. Aber Mark Wahlberg tut halt Dinge, die Mark Wahlberg tut. Also das übliche, Mark Wahlberg doing Mark Wahlberg things. Meatball? You want a meatball? Hey buddy, what's up? I'm an Inventor. Nee, das ist alles schon, das ist aber okay. Wie gesagt, ich bin hier, ich bin wirklich fein mit dem Film. Ich biege auch so ein bisschen in meine Richtung, meines Resümes ab. Ich würde den wirklich, schaut den mal mit euren Kids. Der hat irgendwie, natürlich hat auch dieser Michael Light Familie und so weiter. Und man fragt sich immer, Mensch, du lässt aber die Familie ganz schön lange außen vor. Ach, so einen Aspekt hätte ich noch fast vergessen. Den bringe ich noch schnell rein. Es gibt diese eine Szene, ich muss leider lachen, es gibt diese eine Szene, in der Mark Wahlberg Sponsoring Geld braucht. Und man sitzt da und denkt, okay, Fluch in die Dominikanische Republik. Die Teammitglieder brauchen Geld. Und man denkt so, wie viel Geld kann er denn jetzt brauchen? Und auch das ist, man kann sich darüber lustig machen und ich muss auch gerade schmunzeln, aber es ist halt auch wieder so sympathisch. Es geht halt am Ende nicht um einen sieben- oder achtstelligen Millionenbetrag, sondern es geht halt um, ich glaube, hunderttausend Dollar. Oder sogar 50 nur, ich weiß es nicht mehr. Also sie will hunderttausend, sie gehen mit 50, so war es glaube ich. Genau. Und das ist halt so, dass man denkt, okay, damit, also gleichzeitig könnte man natürlich, wenn man, ich glaube an dem falschen Tag, wenn man irgendwie in die Laune ins Kino geht, dass man denkt, das ist heute alles doof, dann sagt man, was soll das denn, es geht doch nur um so hunderttausend Dollar. Aber irgendwie ist das auch sympathisch, finde ich, weil dann der Film auch nicht so einen Aufriss um diese Sportart macht. Das fand ich ganz cool. Was mich dann interessieren würde ist, wie hast du ihn eigentlich als Figur wahrgenommen? Weil ich finde halt, dass er am Anfang komplett unsympathisch gewirkt hat und dann versucht der Film natürlich so seine Läuterung zu geben, aber ich bleibe dabei, am Ende war es halt ein anderer Mensch, aber ich kann nicht behaupten, dass ich am Ende ihn jetzt als so weit mehr sympathisch empfunden habe als vorher. Ich fand irgendwie, vielleicht weil es Mark Wahlberg war, ich kann es dir nicht sagen, aber er versucht ein besserer Mensch zu sein, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine signifikant andere Figur gesehen habe zum Schluss. Ja, ich glaube auch, dass ohne Arthur das Ganze keinen Katalysator gehabt hätte, weil dieses doch schon eher, also in einem Teamsport Egomane zu sein, Grüße an jeden Fußballer der Welt, der das immer noch tut, denn es sind alles im Endeffekt Egomane, die Superstars werden wollen, wenn sie Berufsfußballer sind, aber in so einem Teamsport, wo man wirklich ja auch gemeinsam ankommen muss und das ist wirklich ja eine Regel, das ist jetzt nicht wie beim Radsport, wo einer dann davonziehen darf und der Rest kommt nach, die müssen alle zusammen da ankommen, dann aber so eine Egomane-Nummer machen wie im Einführungsprolog da, da wird halt schon klipp und klar gezeigt, so das ist halt so ein Leistungssportler, der eigentlich kein Teamsportler ist. Ob er am Ende so der größte Teamsportler ist, das behauptet der Film halt eher, finde ich auch. Ich glaube, ohne Arthur wäre es halt nicht so gewesen. Das ist so ein bisschen das, das ist ja so eine Art Maskottchen dann für die und ey, das ist auch sehr sympathisch, dass der Film da auch nicht mehr draus macht, als er dann draus machen könnte, dass er jetzt Arthur nicht irgendwie da großartig vermarktet wird. Aber das ist schon so, dass er in der Berichterstattung dann so ein bisschen eingeflossen wird. Ne, ich bin da auch voll bei dir. Ich finde, Mark Wahlberg ist am Ende immer noch ein relativ merkwürdiger Extremsportler, der aber ja anscheinend sich auch, das suggeriert zumindest ja, das Ende so ein bisschen ausgesöhnt hat mit seinem Schicksal, als jemand, der nie was gewonnen hat sozusagen. Aber das ist halt, die Stakes sind halt relativ gering und nochmal, gerade das fand ich eigentlich relativ sympathisch. Ich finde es auch ganz cool, dass er da nicht die Moralkeule macht. Ich glaube, deswegen ist das halt auch kein, ich glaube, bei so einem Disney-90er-Film sowas irgendwie wie, wie heißt denn der noch, wo der da mit den Hunden in der Antarktis da rumläuft, weiß ich nicht mehr, mit Paul Walker, egal. Da brauchst du ja immer noch so eine Läuterung. Ja, genau. Das hat er halt hier nicht, sondern das ist halt so, ich finde am Ende stiehlt ihm halt Arthur die Show und das ist auch gut so. Ja, und ganz ehrlich, ich meine, ja, ich kann es ja verstehen, wenn man so ein Sportler ist und niemals so den großen Gewinn absahnt, aber ich finde, wenn du ihn halt siehst, wo er wohnt und wie er wohnt, geht es ihm doch eigentlich doch ganz gut. Und ich meine damit jetzt nicht nur seine attraktive Frau und seine Kinder, sondern halt auch mal die Butze, in der er wohnt, weil das ist jetzt keine Villa, aber trotzdem ein relativ großes Haus mit sehr schönem Panoramablick auf Strand und Berge. Also ich würde mich nicht beschweren. Und Kompliment an den Film, dass er wirklich auch dann in Anführungsstrichen weiß, was er sein will. Ich glaube, es gibt den Trend heutzutage, sowas immer ein bisschen ironisch aufzubrechen und durchzubröseln. Und natürlich kannst du das hier völlig ins Lächerliche ziehen. Also ich meine, der Vater von Michael ist Immobilienmakler und natürlich gibt es eine Szene, in der Michael sich da auch in dieser Branche versucht und du merkst halt so, du kannst den Tiger nicht einfangen, der will wieder auf den Piloten. Und das kannst du halt komplett lächerlich erzählen oder du kannst es halt so machen, dass du denkst, Wobei ich habe da wirklich auch nachden müssen, weil ich mich dann so geändert habe an die etwas anderen Cops. Ich bin ein V, ich muss fliegen. Ja, ein deutlich witzigerer Film als der, muss man dazu sagen. Weil Humor kommt hier wirklich nicht so richtig raus, aber das ist schon okay. Ja, Mensch du, also sag mal, ich habe ja schon gesagt, ich finde es ein Familienfilm, den kann man im Kino gucken mit seiner Family, da hat man eine gute Zeit und man hat 90 Minuten was zu tun. Wie ist es bei dir? Was sagst du zu Arthur der Große oder Arthur the Great? Arthur, ja, Arthur the King. Arthur the King, genau, genau. Ich finde, das ist ein im besten Sinne solider Film, der macht alles in der Hinsicht okay, er macht nichts wirklich falsch, er macht aber auch nichts in der Hinsicht richtig groß herausragend, aber das muss er auch nicht. Ich war, wie gesagt, überrascht, wie gut der mich emotional da noch bekommen hat, weil normalerweise sind so Haustierfilme, der ist mal nicht so mein Gebiet. Der ist okay. Wenn ihr euch den ansehen wollt, dann könnt ihr das ab dem 25. April im Kino gerne tun. Wenn ihr sagt, ach, der klingt ganz nett, aber ich will warten, dann wartet, bis der in irgendeinem Streamingdienst verfügbar ist und habe damit eine gute Zeit. Das ist ganz ehrlich, das ist ein Film, so hart es klingt, guckt den oder guckt den nicht, es könnte mir egal, da nicht sein. Ich habe ihn jetzt geguckt und ich habe es nicht bereut. Das ist echt, finde ich, mittlerweile war fast schon ein Qualitätsurteil von dem Film. Gerade für Leute wie wir, die jetzt ein bisschen mehr gucken, die dann etwas verwöhnt sind, guckt den euch an im Kino, wenn ihr wollt oder nicht. Es bleibt euch überlassen. Das ist auf jeden Fall. Wenn wir richtige Jobs werden, würden wir jetzt was sagen wie, ja gut, wenn halt Dune 2 nicht mehr läuft, könnt ihr euch gerne gucken. Wobei er ja kurz danach sogar tierische Konkurrenz kriegt von Godzilla X-Kong, wie er ja mittlerweile hat. Dürft ihr da nicht schon? Bitte? Dürft ihr nicht schon dann? Ja, aber der wird doch der Burner. Das wissen wir doch jetzt. Ich bin auf dem, ich mochte die in den letzten Jahren. Also ich bin ja mehr so der Hollywood-Godzilla als der Japano-Godzilla. Ich ja sonst auch, aber den letzten Minus One habe ich ja sehr gefeiert und geliebt, wie der Till und ich in der Besprechung auch da herausgearbeitet haben. Wie Dom immer so schön sagt, da könnt ihr gerne mal reinhören, aber das ist wirklich so. Könnt ihr wirklich mal gerne reinhören. Ich bin seitdem natürlich ein bisschen, ich bin gespannt. Also ich habe trotzdem natürlich Bock auf den Film. Also der wird natürlich kolossal scheitern, wenn der scheiße aussieht, aber darauf warten wir immer. Ab wo scheiße aussehen, das ist das Stichwort für den Tele-Stammtisch und was wir noch so machen. Stu hat schon gesagt, also der große Elefant im Raum ist momentan Dune 2. Wir nehmen hier gerade am Anfang des Märzes auf. Könnt ihr nach wie vor in unsere Besprechung reinhören. Und ansonsten, wenn ihr weiterhin auf Tiere steht, ich glaube der Dom und der Paul haben gerade diesen Netflix-Film Spaceman besprochen, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ansonsten folgt uns, liked uns, abonniert uns. Ihr findet uns überall, wie der Max immer so schön sagt, wo es Likes gibt. Hinterlasst gerne Feedback. Wie fandet ihr, wenn ihr ihn dann gesehen habt? Arthur der Große, hat er euch im Kino gefallen? Wartet ihr auf Streaming? Und ansonsten, ich bin fertig, wünsche euch viel Spaß weiter beim Tele-Stammtisch. Vielen Dank fürs Reinhören. Und der ist du, außer dass er, wie du rufst jetzt Fass oder Sitz, hast du das letzte Wort. Okay. Dann verweise ich noch unsere Webseite, www.tele-Stammtisch.de und wenn ihr euch jetzt denkt, so boah, der Timo und der ist du, die haben hier so eine geile Chemie. Wir haben noch ein paar andere Sachen zusammen beim Tele-Stammtisch gemacht. Ich möchte hier auf Listen to the Listen verweisen. Wir haben nämlich die ganzen Oscar-Dekaden seit 1970 durchgegangen und einmal ist auch der Onkel Timo mit dabei. Außerdem hatten wir eine Listen to Listen Sendung, da haben wir Streaming-Dienste gerankt. Also die Streaming-Dienste, auf der ihr dann vermutlich drei Wochen nach Kino-Start auch Arthur der Große finden könnt. Da könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Ansonsten wäre es das von mir. Viel Spaß im Kino oder in einem Solarium, was euch lieber ist, mir egal und tschüss. Im Solarium? Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.